hallo ihr höhlenforscher von so farz und fans von so farz dem orio stevie und nächsten wieder am start wir wollen für euch die höhe erforschen schön oder wir müssen ein bisschen gas geben denn wir haben nicht mehr so viel zu essen ja wir müssen gucken dass wir nach hause kommen oder und so ist es in den wald hämorrhoiden was jetzt raus doch bitte nicht so ins gesicht normale oder normal solle hau jetzt ab hier ich habe keine zeit für dich noch mal weiter hoch ist jetzt weiter leute hier allerdings nach oben glaube ich so dass er das lassen am besten erst mal hoch gehen jetzt runter wir wollen ja raus deswegen so kurz aber ein bisschen jagen würde sagen einmal kurz nach hause gehen je nachdem wo wir dann halt im landen das blinkt schon richtig rot bei mir jetzt weg in mir jetzt weg in mir höhle höhle wieder runter wir wollen dann die röhne hoch ruhig heftig aber ohne witz also ja wir hätten uns mal essen mit dem können essen mit magans was eine weitere kassette ganz kurz gleich genau gehst du noch weiter ne wir müssen tatsächlich den weg runter nehmen den anderen klar ist hier weiter jetzt gehts raus draußen ach was nicht gesehen toll nein verdrückt hallo hallo zu viel gefurrt jetzt sind wir hier bei den containern wo wir ja das haben wir einfach übersehen wir haben das hier einfach glatt übersehen das ist ein paar vögel sammeln und so ich meine ich mag den hasen zwar vielleicht essen aber ich musste nicht weg springen und brunnen und brunnen wo sind die warte mal was ist denn hier ich habe da unten an dem lagerfeuern was reingelegt für jemand der hangen hat ich habe einen ort zu sprengen gefunden glaube ich ja ich du machst schon ich bin mal so frei ja ich sag mal dass er gerade jetzt zusammen was hast du da gefunden springen ich dachte erst also schwimmen jetzt gerade um sonst hinterher nicht wirklich weil das ist genau die inseln die wir gesucht haben hier hatten wir auf diesen inseln nämlich was zum sprengen gefunden gehabt richtig die haben wir gesucht und wie wir auch gesehen haben unsere trotzdem noch angezeigt wo wir was sprengen können und wo halt eben nicht in der höhle hat man das ja ganz gut gesehen müsste hier sein oder wenn überhaupt da war das auf der insel da drüben nicht aufschließen sie wird doch noch was da reingelegt wasser abkochen hier ist es zum sprengen noch ein weiter ja hier direkt bei mir so dynamit hast du schon reingelegt anzünden und 3,2,1 BRINGUNG ich wollte jetzt die vorigen dorps wieder siehst du wie die steine wegfliegen oh leute einer wegfliegt teil 6 von 8 hat einer von euch jetzt noch kohlen haben hier ist ein stück fleisch bei mir wir haben jetzt also so gesehen drei teile ja gut dann bleibt das fleisch noch liegen wenn keiner braucht also das heißt lass uns mal dann in die heimat zurückgehen trinken holen und so weiter und so fort ich war so dass er zu hause gelassen und dann hier wieder hierher gehen das papier ist immer noch super obwohl ich eine handhalte beim schwimmen wo ist denn diese stelle jetzt ganz wir waren ganz links war diese stelle mittlich links sind wir ok dann laufe ich schon mal los ich verlaufe mich immer mal ganz gerne ja hinter dir ist einer ja ich bin dafür meine fans immer zu haben und nicht jetzt ja dann müssen sie nicht immer zu haben zwei sogar und einer der brennt oh nein das ist auch mal gut hier im puff wenn ich das scheiße mit dem geschleppen ja hier ist noch mal zu brem brüder allein brennen gut aber jetzt muss ich einfach mal etwas in den in den raum werfen ich darf nicht mehr zurück warum sollte man auf einer urlaubsreise und das ist ja sehr wahrscheinlich eine urlaubsreise weil wir ja schon so viele leute gesehen haben mit tennisschlägern und so weiter und so fort warum hat jeder dritte panzer tape dabei keine ahnung kann ich dir sagen ist ganz einfach ach hast du noch du hast auch schon eine folge so benannt wird das tennis lager oder so und tennisschläger um sie zu festigen brauchen tape dann macht das denn aber kein panzer tape das kann man auf jeden fall dafür nehmen klar man muss es nicht man kann aber ja was ist der recht gefahren die dann gezeigt werden das sind unsere wägelchen ja aha home sweet home country road take me home weil jetzt können wir ja nochmal äh äh dings rausnehmen und äh sprechstoff bauen kassette die mit megans ankunft beschriftet ist momenten mal da brauchen wir einmal münzen wir brauchen ich hab ja tape so dann machen wir nochmal ne bombe hier das band alkohol dass wir an die uhr rankommen man muss erst einmal die granate nehmen münzen dings für ok äh irgendwas habe ich vergessen alkohol leider platine so das ist dann mein vierter sprengstoff springmeister bewo zu ihren diensten was darf ich in die luft jagen wir haben hier auf jeden Fall noch sodas einmal snack ist hier noch im linken regal drin hinten mitnehmen das ist vielleicht nicht verkehrt wenn das einer von euch noch mitnimmt unterwegs auf und als So. Gehen wir ganz kurz noch in das Flugzeug und dann... Willst du noch? Essen holen. Was drin? Ja klar. Mikroweller läuft. Dann nimmst du dir doch. Da hinten hab ich übrigens noch... Weingezahner. Ich hatte die vorhin noch eingesackt. Da waren aber auch nicht mehr so viele, als wäre. Ja, können wir ja... Trotzdem schon mal die Hostel vorbauen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... Welchen Stoff hab ich eigentlich schon, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Noch wieder... ...bisschen mehr Rüstung. Ach, warte mal. Cancorder? Ich spüche jetzt ab. Ja. Ich spüche jetzt ab. Wir brauchen einen Camcorder. Ja, aber den haben wir noch nicht. Leider noch nicht. Wer weiß... Wer weiß, wann wir den mal finden, ne? Frage. Nächste Frage. Gut, Freunde. Aber ich würd' sagen, den Rest, den wir hier noch machen können, machten wir am besten auf Screen. Und dann würd' ich sagen, sehen wir uns dann halt entweder an der Höhle oder sonst wo wieder. Ja. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Man sieht und hört sich. See ya! Ciao! Ciao!